Hey Kinders, was geht bei euch ab? Die Hello Neighbor Alpha 2 ist endlich am Stitzel. Ich werde euch hiermit jetzt erstmal den neuesten Trailer zeigen und morgen im Laufe des Tages erscheint dann auch schon das erste Video von der Hello Neighbor Alpha 2. Verzeiht mir, dass jetzt Counter-Strike um einen Tag verschoben wird. Ihr versteht hoffentlich, dass jetzt so ein bisschen Druck dahinter ist, weil das halt echt eine geile Sache ist. Ich hoffe einfach, dass euch alle Videos von mir gefallen. Ich versuche immer, einfach so zu sein, wie ich bin, welch, und dann mache ich mal manchmal in die Haus. Los geht's! Wow, Tiny Build Presents. Oh, die Musik, Alter, geil. A Dynamic Pixel Production. Cool, man hat Hände. Oh! Sehr dünne Hände. Die Hintergrundgeräusche sind direkt ein bisschen cooler geworden. Was macht dann jetzt? Ist das Haus zu, oder wie? Ist er auch wirklich bei sich zu Hause? Er hat eine Brechstange dabei. Okay. Oh, oder? Oh. Aber das Haus ist doch das andere Haus. Das ist direkt so, als wenn wir beim Neighbor jetzt zu Hause wären. Oh, ist das cool. Ich freue mich schon so, das zu spielen. Oh! Get inside. Und dann soll man sein Stuff inside bringen. Okay. Oh, dieser Partikeleffekt ist cool. Sehr schick. Haben wir sie gut gemacht. Oh, die Hosen. Voll dünne Beine. Oh. What? Oh, fuck. Was macht er denn jetzt? Der hat uns eingesperrt. Ich wollte gerade sagen, was trinkt er denn jetzt? Aber das ist nur Milch. Geil. Es war nur ein böser Traum. Oh, yeah. Wie geil ist das denn, Leute? Ich werde jetzt sofort was aufnehmen und es dann morgen um 17 Uhr erscheinen lassen. Ich hoffe, ich schaffe es bis 17 Uhr. Ich werde es heute Nacht zwar aufnehmen, aber dann wahrscheinlich erst morgen schneiden. Ich habe die letzten paar Wochen immer so wenig gepennt, also war nachts sehr lange wach. Ich musste meinen Rhythmus wieder anpassen. Aber ihr habt jetzt erstmal das hier zum Anschauen. Und morgen kommt dann eine komplette Folge. Hello Neighbor Alpha 2 mit mir. Und das wird höchst deliziös.